Ladies and Gentlemen, die Patch Notes, die 100% Patch Notes für Season 22 sind draußen. Wir legen direkt los. Es ist echt verdammt viel. Ich werde keine Erklärung groß abgeben, wie was gemeint ist, weil das dann einfach zu lange dauern würde. Das meiste ist schon bekannt. Es wird aber sicherlich auch vieles dabei sein, was wir vorher so noch nicht wussten. Wir fangen direkt an. Na klar, E-District, die neue Map, Map-Rotation, Broken Moon, E-District und Stormpoint. Weiter im Text. Vorteile für Regulierungs- und Aufklärungsklassen. Die meisten von euch spielen auf Englisch. Das klingt jetzt auf Deutsch. Manche sind ein bisschen bescheiden. Verzeiht, dass ich das einfach so bescheiden, wie es hier übersetzt ist, auch übernehme. Ansonsten wäre das hier viel zu kompliziert. Also, Regulierungsklassen, neue Klassenvorteile, Zonenüberladung. Da ist einiges, was unklar war, was ich sehr, sehr cool finde. Zonenüberladung. Regulierungslegenden haben in der Zone jetzt eine zusätzliche Schildkapazität. Das heißt, 25 Trefferpunkte mehr auf Schild, sobald du in der Zone bist. Diese Kapazität ist permanent, solange der Spieler in der Zone bleibt. 5 Sekunden nach Verlassen der Zone endet die Überladung. Gibt es auch ein kleines Icon, was du unten links siehst. Überladung kann in der Zone mit Zellen, Batterien und Fähigkeiten geheilt werden. Betreten Spieler die Zone mit vollem Schild, füllt sich die Überladungsanzeige automatisch. Erhalten Spieler einen Schildkern, dessen Überladung die zusätzliche Kapazität übersteigt, wird diese zusätzliche Überladung normal abgebaut. Kennt man. Und, und das wusste ich vorher nicht, es ist nicht möglich, über die rote Kapazität hinauszuladen. Das heißt, wenn man ein rotes Everschild hat, hat man ja 125 Lebenspunkte. Das muss man einfach dazu erklären. Du kommst nicht über die 125. Rot ist maximal. Es gibt keine Überladung. Das heißt, du hast maximal bis Stufe Lila einen Nutzen davon. Ansonsten ist da Sensor, neue Lebensqualität, also Quality of Life Changes, Distanzaufnahme. Regulierungslegenden können ihre unbeschädigten taktischen Fähigkeiten, wie die Zäune von Wurzen oder Korsdickfallen, auf Entfernung aufheben. Das heißt, Beschädigte können auch auf Distanz nicht aufgehoben werden. Und die Ladung bekommst du zurück. Und du wirst sogar, wenn du einen bestimmten Bereich verlässt, aufgefordert, alles aufzuheben. Musst du wahrscheinlich aber nicht machen. Aufklärungslegenden, neue Klassenvorteile, Bedrohungsortung. Aufklärungslegenden haben nun Bedrohungsortung, also das Digi-Visier. Wenn du anvisierst, siehst du die Gegner rot gehighlighted. Logischerweise nur in Sichtlinie, wenn du anvisierst. Nicht aus der Hüfte und nicht durch Rauch, nicht durch Wände zu markieren. Logischerweise. Jetzt kommt noch ein bisschen was, was vorher auch nicht so ganz klar war. Überwachungssender. Sind schneller einsetzbar. Das Scannen dauert jetzt nur noch, also das Aktivieren dauert jetzt nur noch 3 statt 7,5 Sekunden. Sehr interessant. Reichweite 500 Meter, hatte ich schon mal drüber gesprochen. Wird nicht mehr zufällig eingesetzt und auf jeder Karte wird alles eingeschaltet. Was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Der Scan gewährt jetzt nur noch 75 Erfahrungspunkte auf dein Evo-Schild statt 200. Das ist ein starker Nerf. Gibt jetzt im Laufe von 15 Sekunden 3 Impulse ab, die 5 Sekunden lang einen Schnappschuss aller Gegner in der Reichweite machen. Das heißt, bei 5 Sekunden, bei 10 und bei 15 Sekunden gibt es diesen Impuls, wo du die Gegner ortest und so ein bisschen grob dann die Laufrichtung erahnen kannst. Erzeugt jetzt eine große Scanwelle, die Spieler orten können, um einen aktivierten Sender zu finden. Erhalten keinen Scan-Nachricht mehr. Whatever. Gescannte Gegner werden immer an den Rändern der Minikarte angezeigt. Muss ich denke ich nicht weiter erklären. Update-Statistik-Tracker. Das finde ich richtig geil und wurde Zeit. Du hattest verschiedene Tracker auf deine Legenden, die ja optisch sehr geil aussahen. Du hast aber zum Beispiel Kills gehabt, dann hast du vielleicht Siege gehabt und so weiter. Und du kannst jetzt die Statistiken von deinen Trackern variieren. Hast du irgendwelche geile, es gibt ja so drei Trackern, unteren, mittleren, oberen. Das könnte eine Legende ergeben bei Loba. Zum Beispiel hast du Beine, Oberkörper, Kopf als Tracker in einer Reihenfolge, was in deiner Batch angezeigt wird oder in deinem Hintergrundbild. Ich weiß jetzt nicht, ich finde jetzt nicht die richtigen Worte dafür. Dann kannst du die Statistiken ändern. Wenn oben zum Beispiel Siege waren, kannst du da jetzt sagen, wie viel Schaden du mit der schon gemacht hast. Behältst aber die Optik des Trackers. Richtig coole Geschichte. Schockwellen-Battlepass. Muss ich dazu irgendwas erzählen. Wir machen es einfach. Mit dem Stopp von Split 1 von Season 22 am 6. August möchten wir die Gelegenheit geben, den Premium-Battlepass zu erhalten. Du kannst den freischalten. Du musst den nicht kaufen. Du kannst den mit Coins kaufen. Diese Änderung wird nicht durchgesetzt, dass du das nur mit Echtgeld machen kannst. Du kannst den Premium-Battlepass für 950 Coins entweder mit Coins kaufen oder du kannst ihn dir freischalten. Absolviere auf einer bestimmten Karte zwei Trio-Matches. Verursache in Battle Royale 1000 Schaden als Aufklärungs- oder Regulierungslegende. Öffne in einem beliebigen Modus 15 Versorgungsbehälter. Verursache in Battle Royale mit einer bestimmten Waffe 500 Schaden. Schließe 10 Battlepass-Stufen ab. Und damit hast du schon den Premium-Battlepass. Also easy, der ist geschenkt. Muss man einfach mal sagen. Richtig geil. Ab Beginn von Split 2 am 17. September erhältst du die Premium-Battle-Pässe wie gewohnt für 950 Münzen. Du kannst über den Battlepass genug Münzen erspielen und so weiter und so fort, um den freizuschalten. Die Battlepass-Optionen umfassen jetzt bessere Belohnung. Das ist tatsächlich so wirklich. Die sind Stocken vollgefüllt mit geilem Zeugs. Aber die geilsten Sachen bekommst du wirklich nur, wenn du diese Ultimativ-Plus-Version kaufst für 20 Euro pro Split. Also 40 Euro pro Season. Das darf man nicht vergessen. Patch-Notes im allgemeinen Care-Package-Waffe. Die EVA-8 kommt zurück. Habe ich im letzten Video über die Patch-Notes völlig verrafft, dass eine EVA-8 drin war. Das Detonationsmuster wurde leicht vergrößert, jetzt wo sie wieder rauskommt. Schaden von 6 auf 7 erhöht. Kadenz gesenkt, whatever. Nutzt jetzt geboosteten Lader. Ihr Schuss hast du in der EVA-8. Und wenn du Boosted-Loader aktivierst, also im richtigen Timing nachlädst, hast du 2 Schuss Überladung. Leichte Erhöhung des Rückstoßes. R99 wechselt ins Care-Package. ADS-Seitschritt-Tempo erhöht. Also die Strafe-Geschwindigkeit wurde erhöht. Rückstoß wurde ein bisschen verringert. Neue Funktion. Schadensabfall finde ich bei SMGs allgemein eigentlich nicht verkehrt. Sollte man überall machen. Schaden auf kurze Distanz auf 14 erhöht, ist der Gegner mindestens 11 Meter plus weg oder drüber. Fällt der Schaden von 14 auf 10 ab. Coole Sache, wie ich finde. Kein Bewegungsmalus, wenn ausgerüstet. Das heißt, du rennst, glaube ich, genauso. Jetzt erkläre ich es ja doch bei manchen Sachen. Ich glaube, du kannst, wenn du sie in der Hand hast, genauso schnell rennen, als wärst du geholsterst unterwegs. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Spawnrate des Evo-Lagers in erster Welle von 50 auf 100 erhöht. Weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau, was damit gemeint ist. Das sind, glaube ich, die Evo-Behälter, um dein Evo zu pimpen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sorry dafür. Golden Rotation, Mosambik, Akimbo, P20, Akimbo 301, Rampage und Sentinel. Die Akimbos. Egal. Die Akimbos sind einfach geil. Gameplay Updates. Aim Assist. Hier stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Konsolen, Crossplay in PC-Lobbys. Stärke der Zielhilfe um 18% reduziert. Das sollte soweit klar sein. Das sollten eigentlich 25% sein. Jetzt gibt es aber hier noch einen Konsolen. Leistungsmodus Crossplay. Das ist wahrscheinlich, wenn du 120 FPS aktiviert hast. Das heißt, wenn du keine 120, sondern auf 60 FPS spielst, hast du nur eine Reduzierung als Konsolenspieler auf Controller in PC-Lobbys. Ganz wichtig. Hast du eine Reduzierung von 18% Aim Assist. Konsolenspieler mit 120 FPS, also PS5 und Xbox Series X in PC-Lobbys 22% reduziert. Und Controller auf PC, logischerweise PC-Lobbys, um 25% reduziert. Coole Sache. Aim Flinch. Jetzt haben wir es hier. Zielzucken. Das ist das Zielzucken, wenn du Schaden nimmst. Zum Beispiel Zielzucken wurde von allen Waffen und den meisten Legendenfähigkeiten entfernt. Außer wenn du außerhalb der Zone dich bewegst. Wenn du diesen kontinuierlichen Schadenstick bekommst. Dann zuckst du immer noch so ein Stück weit zurück. Jetzt weiß ich auch endlich, was Flinch bedeutet. Beute, Behälter, Zurücksetzung. Das ist ja eine Neuerung. Ab Mitte des Spiels werden sämtliche Loot-Bins, die geöffnet wurden, geresettet. Jetzt kommt aber was dazu, was uns Respawn vorenthalten hat, was keiner so wirklich wusste. Aktualisierte Behälter sehen etwas anders aus als die ungeöffneten. Das heißt, hast du eine Kiste vor dir, die im gesamten Spiel noch nicht einmal geöffnet wurde. Sieht die ganz normal aus. Die wird aber etwas anders aussehen, wenn sie schon mal geöffnet wurde, aber geresettet, also wieder geschlossen ist. Und nach der Zurücksetzung werden viele Behälter in legendäre Beutebehälter umgewandelt. Ich raste komplett aus. Das wusste man auch noch nicht. Die intelligenten Beuten gewähren, wodurch ein Squad garantiert relevante Upgrades erhält. Das ist richtig, richtig krass und bringt das Spiel komplett durcheinander. Also ab Midgame ist jedes Squad irgendwie krass ausgerüstet. Davon könnt ihr mal ausgehen. Das ist richtig krass. Mythische Behälter. Ein mythischer Behälter spawnt in das Match mit einer zufälligen Care-Package-Waffe. Das kann auch eine Craver sein. Gold-Version der Waffe, also eine Goldene 301 von mir aus, die der Squad beim Öffnen des Behälters ausgerüstet hatte. Das verstehe ich nicht ganz. Medizinische Vorräte und Granaten. Großen EP-Boost für Squads. Also ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wenn ich so ein Teil öffne. Das dauert auch ein bisschen, bis die geöffnet ist. Lass das 7-8 Sekunden sein. Also das dauert schon ein bisschen länger, als wenn du ein Tresor öffnest auf World's Edge zum Beispiel. Zieht euch mal das Video rein. Das ist ein 30-Sekunden-Video bei meinen Shorts. Das dauert, aber was da rausknallt, ist richtig geil. Mythische Behälter sind verschlossen und Spieler müssen über einen bestimmten Zeitraum mit. Warum kann man in die Patch-Notes nicht schreiben, wie lange das dauert? Egal. Auf der Karte und Minikarte angezeigt. Also jeder kann sehen vorab schon, wo die ist. Ob du das schon im Jumpship siehst, weiß ich nicht. Habe ich nicht geprüft. Beutepool, Spawnrate, Violetta und Goldene Aufsätze um etwa 50% reduziert. Warum nicht? Weil im Endeffekt ist es so, wenn nachher im Midgame sämtliche Bins resettet werden, dann könntest du dich ewig und drei Tage irgendwo bei einem Spot aufhalten, wenn du in der Zone bist. Als Control-Legende sowieso krass. Machst dann irgendwann ab Midgame deine Kisten alle wieder auf und hast krassen Stuff drin. Also ist das, glaube ich, völlig uninteressant, dass das überhaupt passiert. Reorganisation, Todeskisten und Loba Schwarzmarkt. Das ist ein richtig geiles Upgrade, wie ich finde. Das heißt, Schild-Swap geht schneller und du findest schneller deine Heil-Items. Nicht mehr lästiges, ewiges hin- und herscrollen. Heil-Objekte haben jetzt eine dedizierte Reihe und wurden aus dem Verbrauchsobjekt-Kategorie entfernt. Das siehst du sofort. Du machst auf, hast hier deine Waffen, Munition, Heil-Items und ganz oben wird immer der Schild-Kern sein. Und erst dann scrollst du durch den Rest des Inventars, der Todeskiste oder den Black Market. Richtig, richtig, richtig geile Änderungen, wie ich finde. Querung, was weiß ich, was das bedeutet. Befindet man sich gleichzeitig an derselben Position wie ein Teammitglied, hat dies keine Folgen mehr. Was? Ich glaube aber, damit ist gemeint, weil wirklich die Seite ist so bescheiden übersetzt. Das hat wahrscheinlich Google-Übersetzer gemacht, keine Ahnung. Das ist dieses, wenn du zeitgleich mit einem Teammate irgendwo hochklettern willst und ihr überlagert euch, fällt meistens einer runter und meistens der, der zuerst klettert. Das ist richtig geil. Das soll wohl nicht mehr passieren. Es könnte sein, dass das damit gemeint ist. Das hoffe ich zumindest. Kampfgespür. Das ist die Battle Sense, von der ich gesprochen habe im letzten Video oder im Patchnote-Video. Haben Spieler null relevante Munition in ihrem Inventar, tritt der Status Munition kritisch ein. Das wird irgendwo aufkloppen, irgendwo stehen. Ich habe es im Game-Test für Season 22 nicht wahrgenommen, aber das ist geil. Ich bin so ein Loot-Spaß wirklich. Ich loote wie so ein Bekloppter und schmeiße nach ein paar Minuten so viel Zeugs raus, weil ich es einfach nicht checke, dass ich so viel aufhebe, was ich überhaupt nicht brauche. Aber Spieler werden früher auf einem niedrigen Munitionsstand hingewiesen und haben dadurch mehr Zeit, Munition zu suchen. Das heißt, wenn du relevante Munition hast und out of ammo langsam bist. Die Anzeige umfasst nun auch das Symbol des Munitionstyps. Munitionsping zeigt im Killfeed jetzt das Munitionssymbol an. Falls man einfach auf lautlos oder so, keine Ahnung. Ist die gesamte Reserve-Munition einer Waffe verbraucht, wird nun automatisch gepinkt, dass die entsprechende Munition gesucht wird. Das ist ja geil. Also bist du out of ammo, kommt automatisch ein Munitionsping. Das ist ein richtig cooles Ding. Wobei das aber auch immer noobfreundlicher wird. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Im Endeffekt nimmt das dir das Denken so ein bisschen ab. Keine Ahnung. Das ist nicht schlecht, aber Mensch, hätte man auch nicht unbedingt gebraucht. Wer out of ammo ist und es nicht rafft, ist selber schuld, so ungefähr. Also der bessere Spieler gewinnt, finde ich. Betrachtest du Munition am Boden, zeigt der Tooltip nun ihre Kompatibilität mit deinen ausgerüsteten Waffen an. Alter, das Spiel ist, tut mir leid. Gegnerische Gesundheitsbalken. Fügt Spielern einen feindlichen Einheitsschaden zu, wird nun deren Gesundheit und Rüstung angezeigt. Das ist der Tracker aus der Battle Sense. Im Close-Range-Fight siehst du die Lebensbalken HP und Schild-HP, wenn du den Gegner hittest. Wenn du den anguckst, passiert da gar nichts. Du musst den mindestens einmal gehittet haben. Und Gegnermarkierung. Feindliche Spieler werden nun mit einer roten Linie gehighlighted. Dazu musst du den noch nicht mal anhitten. Ja, du siehst das ein bisschen. Also es haben viele schon gesagt, das wird nooblastiger, das Spiel. Kann ich so minimal bestätigen? Munition und Aufsätze. Munitions-Spawn-Quoten. Energiemunition, individuelle Spawn-Rate reduziert. Es gibt Runden, wo ich die nicht finde, die Munition, aber egal. Leicht und schwere Munition, leichte Erhöhung der individuellen Spawn-Rate. Schrotflinten und Scharfschilden, Schiffsen, Munition, höhere individuelle Spawn-Rate. Schreib doch einfach, Spawn-Rate erhöht. Munitions-Stapel-Änderung. Leichte Munition von 60 auf 72 erhöht. Pick-Größe von 20 auf 24. Ach, das heißt pro Pick, pro Stack bekommst du dann 24, aber maximal 72 pro Stack. Energiemunition von 60 auf 54. Warum steht denn da erhöht? Das ist doch reduziert. Von 60 auf 54 erhöht. Da siehst du ja, das ist so hohl. Egal, wir wollen uns nicht aufregen. Individuelle Pick-Größe von 20 auf 18 reduziert. Komm, wir kopieren, einfügen. Stapelgröße von Schrot-Munition von 16 auf 20 erhöht. Und die Pick-Rate von 8 auf 10 erhöht. Anpassungen. Unterbrecher-Munition aus Beute? Bodenbeute? Oh nein. Das sehe ich jetzt erst. Also Disruptor-Rounds wurden entfernt. Neue Anpassung. Waffen. Schild-Generator. Aha. Also der Hop-Up des Raptor-Rounds komplett entfernt. Schade, finde ich. Für meine Alternator und die Peacekeeper. Dafür kommt jetzt der Schild-Generator rein. Für die LMGs. Verwendbar mit allen LMG-Spitfire, Rampage, Elster, Devotion. Beim Zielen über Visier wird automatisch ein frontales Waffenschild aktiviert. Kennen wir von Gibby, seiner passiven Fähigkeit. Waffenschild absorbiert 40 Damage. Waffenschild wird 12 Sekunden nach Beschädigung oder Zerstörung aufgeladen. Also Cooldown, wenn es kaputt ist, 12 Sekunden. Verbessert Gibraltas Waffenschild. Waffenschild Gesundheit auf 75 erhöht. Das heißt, bei ihm passiert da wahrscheinlich gar nichts. Du hast einfach ein krasseres Schild. Waffenschild Ladezeit bleibt gleich wie passive Fähigkeit. Okay. Das heißt, du hast kein Doppelschild. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Ah, Kimbo-Waffen. Feuere in dieser Season mit P2020 und Mosambik. Zwei gleichzeitig. Ich erkläre hier den Rest. Zielen reduzierter Hüftfeuerstreuung anstelle von Visierungen. Also die sind wirklich sehr akkurat. Aufsätze werden auf die zweite Waffe gespiegelt. Das heißt, du musst ein erweitertes Magazin nur einmal finden. Hast es trotzdem für beide. P2020 und Mosambik sind in Akimbo automatisch Feuerwehr. Du hältst quasi die Schusstaste gedrückt. Höhere Feuerrate. Ich hätte eigentlich genau umgedreht gedacht, weil die sind wirklich krass stark. Längere Ladezeiten. Doppelte Magazingröße. Optik ist im Akimbo-Modus deaktiviert. Macht ja nur Sinn. Schalte Feueranpassung ein-aus, um deine zweite Waffe wegzustecken und deine Optik zu reaktivieren. Du kannst quasi im Akimbo-Modus die zweite Waffe deaktivieren. Das wusste ich aber auch noch nicht. Interessant. LMGs, alle LMGs profitieren jetzt von der Hüftfeuer-Umkehr-Mechanik. Kann mir jemand die Hüftfeuer-Umkehr-Mechanik erklären? Sie war auf der Devotion drauf. Ich habe keine Ahnung, was das gemacht hat. Neue Anpassung Waffenschild-Generatoren ist klar. Ja. Alternator. Neue Magazingröße. Basis 19 unverändert. Weiß wurde auf 23 erhöht, um ein Blau von 25 auf 26 erhöht und Violett von 27 auf 28 erhöht. KSMG 19 Basis bleibt unverändert. Von 21 auf 22 das Weiße, das Blaue von 23 auf 24 erhöht. Gold oder Violett von 26 auf 27. Die Votion geht aus dem... Ach, die Votion Care Package. Ist die Votion immer noch im Care Package? Ich glaube, die ist immer noch im Care Package. Laden... Ja, doch, die Devotion ist immer noch im Care Package. Na klar. Laden von leerem Magazin verlangsamt. Waffenschild-Generator hinzugefügt. Macht Sinn. Hüftfeuer-Umkehr verbessert. Für Max Hüftfeuer erforderliche Schüsse von 21 auf 14 reduziert. Also das Umkehr-Hüftfeuer-Gedöns... Bitte schreibt mir mal das jemand in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann auch nicht alles wissen. Flatline. Neue Magazingröße. Was? Die wurde genervt? Basis 19 war 20. Weiß war 25. Wird auf 23 reduziert. Blau wird auf 27 von 28 reduziert. Und Violett war 30. Ist jetzt 29. Okay, eine Kugel ist okay. Aber Blau ist schon nur zwei Kugeln. Macht schon was aus. Hüftfeuer-Präzision deutlich reduziert. Das kann ich bestätigen. Die ist wirklich deutlich schwerer zu treffen aus der Hüfte. Was auch Sinn macht. Hemlock-Seifenverzögerung leicht erhöht. Finde ich gut. Wird bei den Global Series extrem häufig im Burst gespielt. Finde ich richtig, richtig gut. Schaden von 20 auf 19 reduziert. Kleinere Magazine. Basis 18 unverändert. Alter, was? Weiß von 24 auf 21 reduziert. Und Blau von 27 auf 24 reduziert. Drei Schuss bei Weiß und Blau weniger. Violett und Gold bleibt gleich. Das ist krass. P2020 im Einzelhand-Handheld-Modus. Schaden von 18 auf 21 erhöht. Absolut verdient, wie ich finde. Weil die einfach eine Wasserspritzpistole war, wenn du die gefunden hast. Individueller Hammerpunkt. Schaden von 27 auf 23 reduziert. Kann man verstehen. Neue Magazingröße. Basis 10 war 14. Da braucht er einen Schaden auch nicht zu erhöhen. Ist das Quatsch? Naja, egal. Weiß 11 war 16. Blau 12 war 18. Violett 14 war 21. Ja, okay. Wenn du gut triffst, hast du natürlich mehr davon, weil der Schaden um 3 erhöht wurde. Aber naja, schon ganz schön krasse Reduzierung. Mosambik einzeln. Hammerpunkt Schaden von 60 auf 54 reduziert. Verdienen Feuerrate deutlich erhöht. Das nimmt sich. Das frisst sich doch auf. Schaden erhöht. Egal. Schrot finden Verschlussfeuerrate auf allen Stufen reduziert. Mastiff. Schaden von 11 auf 15 erhöht. Okay. Schrotkugeln von 8 auf 6 reduziert. Das Streumuster wurde aber geändert. Ihr seht hier. Die Pellets waren die ersten 4, waren eng aneinander. Dann gingen die immer weiter auseinander so ein bisschen. Das neue. Naja, ich würde schon sagen, es ist schwieriger eigentlich zu treffen. Obwohl die Devs was anderes erzählt haben. Egal. Peacekeeper. Schaden pro Kugel von 9 auf 11 erhöht. Schrotkugeln von 11 auf 9 reduziert. Und Detonationsmuster verändert. Was ich ganz gut finde. Weil hier dieses neue Streumuster ähnelt einem Oberkörper. So ein bisschen V-förmig. Ich nehme an, es wird schon ein bisschen leichter sein, wenn du auf den Oberkörper zielst, da wirklich alles reinzuballern. 301 neue Magazinsgröße. 21 war 18. Weiß 23 war 20. Also es gibt auch hier und da Buffs für die leichten Waffen. Blau 28 war 25. Und Violett 31 war 28. Die 301 bekommt damit einen massiven Buff auf sämtliche Munitionskapazitäten. Das ist richtig, richtig geil. Somit wirken sie ein bisschen entgegen, dass du eher eine 45 aufhebst. Vielleicht mit irgendeinem Hop-up als eine 301. Die 45. Okay, wir reden nicht über die 45. Gerade was ich im Vergleich zur 301 gesagt habe. Basis 16 auf 18. Weiß 19 auf 20. Entschuldigung. Blau von 22 auf 23. Und Violett und Gold 25 auf 26 erhöht. Rampage. Größere Projektile, wenn energetisiert. Ja, kann man nicht einfach sagen. Ja, okay. Okay, größere Projektile. Wenn du eine Termin geladen hast, würde ich jetzt mal sagen. Legenden, neue Klassenvorteile und Anpassungen. Regulierungslegenden, Klassenvorteile. Zonenüberladung hat man schon das Thema. 25 mehr Leben auf Schilder außer auf Rot. Lebensqualität, Distanzaufnahme, Bergung nicht Beschädigter hat man auch schon. Erklärungslegenden, Aufklärungslegenden. Und mein Gott, hat man auch alles schon. Alter, leere Nexus. Kanalisierungszeit nach Knockout. Von 3 auf 2 Sekunden verkürzt. Das ist gut. Also das ist glaube ich das, wenn du die Ultimative aktivierst, um dann zu deiner Ultimative, zu dem leeren Nexus zu porten. Ähm, Jagdportal, Dauer von 10 auf 8 Sekunden verkürzt. Jagdportal, Öffnungsverzögerung von 6 auf 8 Sekunden erhöht. Reisegeschwindigkeit zu leeren Nexus um etwa 40% erhöht. Okay, das geht dann aber richtig flott. Ult, Abklingzeit von 3,5 auf 3 Minuten verkürzt. Das ist auf jeden Fall massiv. Hast du einen Knockdown erlitten, kannst du zu einem verbündeten leeren Nexus reisen, ohne ihn anzusehen, indem du Charakteraktion, das ist aber auch geil, musst nicht erst suchen. Richtig cooles Ding. Du kannst deinen eigenen leeren Nexus mit der H-Taste bzw. Steuerkreuz unten nicht mehr zerstören. Wahrscheinlich, weil es versehentlich passiert, keine Ahnung. Upgrades Stufe 2 bei alter Ultimative, Abklingzeit entfernt Stufe 2. Okay. Und neu gewährt Zugang zu Ringkonsolen. Warum auch immer. Ballistik, Flüsterer. Anvisieren erfolgt in 0,1 Sekunde, Waren 0,3. Okay. Caustic. Was, Mom? Hol die Kamera. Verbündete Fallenwerten von peinlichen Fallenunterschieden. Happy Birthday. Sie haben es endlich geschafft. Das wurde so lange gefordert. Finde ich cool. Also verbündete Gasfallen. Grün, rot, feindlich. Krypto Überwachungsdrohne. Abklingzeit von 40 auf 30 Sekunden reduziert. Stark. Upgrades. Neu. Das nennt man abgetaucht. Krypto wird in seiner Drohne getarnt. Unsichtbar. Wissen wir mittlerweile auch. Solange er nicht zu sehen ist, gibt Krypto auf kurzer Distanz ein Tarngeräusch ab. Das eine Position verrät, die auch mit Fähigkeitsscans ermittelt werden kann. Also eine feindliche Kryptodrohne oder ein Blattern sollte den scannen können mit seiner Fähigkeit. Logischerweise also geortet werden. Fähigkeiten im Zusammen- mit Bedrohungsortung. Fähigkeiten im Zusammen- mit Bedrohungsortung. Was? Egal. Verbesserte Satellitenbilder. Ultimativer Scannen. Jetzt alle Positionen. Läuft vier Sekunden lang und ortet auch durch Wände. Ultscannt. Die Ultimative. Ach, das ist der EMP oder wie? Ultscannt jetzt alle Personen. Läuft vier Sekunden lang und ortet auch durch Wände. Sicher. Schneller Ping. Entfernt verbesserte Handhabung ist jetzt Teil des Basiskits. Naja. Also alles kann ich auch nicht wirklich zu 100% wiedergeben, weil es gibt Legenden, die spiele ich einfach zu selten, als dass ich das interpretieren kann. Das tut mir leid. So. Wir machen weiter im Text. Wir sind Lifeline Upgrade. Gold beschichtet. Gold Evo lagert durch Batterie ersetzt. Was? Upgrade. Goldbeschichtung. Das ist ein Perk. Ich weiß aber jetzt nicht, was der verursacht hatte vorher. Gold Evo. Lager durch Batterie ersetzt. Das tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Rampart Schieler. Munitionsverbrauch wird bei Verwendung regeneriert. Das ist ja interessant. Maximale Zahl platzierter Türme ist jetzt eins. Wenn du dann wieder eine stellst, geht die andere kaputt. Eine ultimative Ladung für Platzierung oder Abbau von Schieler. Für Ausrüstung ist keine volle Ladung mehr erforderlich. Das kennen wir von Vantage und ihren einzelnen Kugeln für die Sniper. Verwendet jetzt ultimative Modelle im Munitionsstil. Seer. Zentrum des Interesses. Gesundheitsbalken werden für die Dauer von Stille angezeigt. Herzschlag-Sensor. Passives Bewegungstempo wurde auf Waffensprint-Geschwindigkeit erhöht. Das ist ordentlich. Aktive passive Fähigkeit ist jetzt leiser. Upgrades. Also die Perks. Fokus-Skin wurde entfernt. Neu dafür drinne. Geteilter Fokus. Gewährt eine zusätzliche taktische Ladung. Kannst quasi zweimal scannen. Vantage. Echo-Verlegung. Für den Start ist keine Sichtlinie zu Echo mehr erforderlich. Wobei das eigentlich immer gut war, dass wenn du das versehentlich aktiviert hast, hast du dich weggedreht und dann hast du das abgebrochen, weil du einfach mal Spastiken im Finger hattest. Kann trotz plakierter Sichtlinie gestartet werden. Das ist aber gut. Kann während Ladung deaktiviert werden. Fadenkreuz färbt sich rot, wenn Echo beim Start hinter dir ist. Okay. Umgeht Boxen und Geometrien bestmöglichst, um Echo zu erreichen. Was ja Sinn macht. Scharfschützenmarkierung. Zweitschutzmultiplikator wurde von 2 auf 2,5 erhöht. Das ist wirklich ordentlich, wie man mittlerweile weiß. Kann in Ultimativer nachladen, im Ult Beschleunigung zu verwenden. Was? Verstehe ich nicht. Kann in Ult, um Ult. Also tut mir leid, ihr lest sicherlich selber. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich möchte jetzt vermeiden, das hier auf Englisch zu stellen und dann nochmal rezu interpretieren, was das bedeuten könnte. Aufklärerlinse. Neu. Ferntracking. Wegpunkt bei Ping in Reichweite. Der passiven Fähigkeit ortet Gegner in 10 Sekunden. Gegner. Dieses, warum gendern die? Die sollen mit dem Blödsinn endlich mal aufhören. Du liest hier wie so ein Bekloppter manchmal und denkst dir, was schreiben die? Wegpunkt bei Ping in Reichweite. Der passiven Fähigkeit ortet 10 Sekunden lang. Okay. Wird in einem Radius 100 Meter nicht angezeigt. Für alle Verbündeten individuell. Eher Aufklärungsinfo. Alle Optiken hinzugefügt. Das ist sehr stark. Du kannst quasi mit einem ganz normalen Stufe 1 Optik, was keinen Zoom hat, schon diese Aufklärer-Info aktivieren. Das ist eine richtig coole Sache auf jeden Fall. Passiver Scan-Bereich wurde erweitert. Upgrade, ultimative Nachladung, doppelt jetzt ein Satz Geschwindigkeit von Ult-Beschleunigung, anstatt zwei zusätzliche Kugeln zu gewähren. Das heißt, du hast nicht mehr die Möglichkeit mit einem Beschleuniger zwei Kugeln zu laden, sondern es wird einfach nur die Geschwindigkeit des Ladens erhöht. Okay. Watson. Powerpylon regeneriert jetzt Schildladung. Also alles für Perks. Geteilter Schildkreis entfernt, Notstrom hinzugefügt, erhöht Schildregenerationsrate von Interceptor-Masten. Aber die sind leichter zu zerstören, soweit man das auch schon getestet hat. Karten. Pubs und Ranglisten-Rotationen, Broken Moon, E-District und Stormpoint. Habe ich das nicht ganz oben schon gehabt? Das will ich jetzt wissen. Map-Rotation hier. Map-Rotationen hier unten. Das verstehe ich nicht. Okay. Die werden schon wissen, was sie machen. Neue E-Bezirk, Urban, Inselbezirk in der Stadt. Hast du nicht gesehen? Umfasst 17 POIs. Entworfen für Vertikale und so weiter und so fort. Wir wissen, dass wir eine neue Map haben. Da muss man nicht viel mehr zu erklären. Wirklich, wer sie noch nicht, wer logischerweise noch nicht gespielt hat. Diese Map macht wirklich ultra, ultra Bock. Neuer Spielmodus, Bot-Lobbys. Neuer Modus für Neueinsteiger. Kann aber auch ganz normal von allen gespielt werden. Kämpfe mit einem Squad gegen eine kleinere Lobby von Bot-Squads in einer schnelleren Version von Battle Royale. Es ist wirklich nur ein kleinerer Bereich. Acht Squads insgesamt. Du kannst mit Bots starten oder mit eigenen Leuten. Spielregeln entsprechen dem normalen Battle Royale Modus. Spiele mit Bots in einem Squad oder Kämpfe, habe ich schon erzählt. Und so weiter und so fort. Wiederbelebung, befristeter Modus, neuer Respawn Mechanik. Das ist erstmal, erstmal ist es drin. Also diese neue Respawn Mechanik. Das heißt nicht, dass die jetzt immer so drin bleibt für die Pubs Rotation. Ganz wichtig, weil viele das nicht so feiern. Weil ich glaube, es ist wirklich relativ einfach. Und viele von euch haben das in meinem letzten Patchnote Video auch gesagt. Dass es vielleicht zu einfach ist, 4K oder 20 Bombs zu erreichen. Realistisch betrachtet ist es einfach so. Respawn mit einem Skydive in der Nähe deiner Teammitglieder. Solange ein Teammitglied am Leben ist, sterben alle Spieler. Ist natürlich das Spiel vorbei. Respawn Timer. Respawn Timer verlängert sich mit jeder Runde. Respawn Timer für dein Team verlängert sich mit jedem gefallenen Squadmitglied. Respawn Timer verkürzt sich. Wenn Squadmitglieder Schaden verursachen, Knockdowns erzielen, Kills erzielen, Gegner platt machen komplett. Die Neutralisierung einer feindlichen Einheit zeigt kurzzeitig ihre Squadmitglieder an. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Das ist ja krass. Okay. Spieler starten mit blauen Knockdown-Schildern. Knockdown-Schilde werden aus dem Beutepool entfernt. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ab einer bestimmten Runde gibt es keine Respawns mehr und jeder Tod ist endgültig. Das ist die letzte Runde. Die letzte Runde, wo du noch einmal eine Zone siehst, da ist dann kein Respawn mehr. Ja, Trios-Wiederbelebung. Respawn endet in Runde 5. Ja. Direktschuss-Wiederbelebung. Respawn endet in Runde 4. Direktschuss-Wiederbelebung. Mhm. Ach, Straight Shot. Es tut mir leid. Ich sage doch, diese Übersetzung ist schon ein bisschen strange. Straight Shot kommt am 20. August. Straight Shot kehrt als Direkt-, also Straight-Wiederbelebung zurück. Umfasst einen neuen Respawn-Mechanik aus Trios-Wiederbelebung. Straight Shot. Akimbo P2020 in Mosambik ersetzt die Einzelversion als Beute. Markierung von Gegnern und gegnerischen Gesundheitsbalken aktiviert. LMGs der Stufe Violett und Gold erhalten. Die neue Anpassung. Waffen-Schild-Generator. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Mixtape Akimbo-Waffen wurden. Allen Mixtape-Loadouts und Waffenrennen hinzugefügt. 99 wird aus allen Loadouts entfernt. Klar ist jetzt eine Care-Package-Waffe. Mixtape-Kartenrotation vom 6. bis 12. Team-Deathmatch. Schädelstadt und Habitat. Kontrolle, Donnerkuppe im Bauhof. Waffenrennen, der Kern und Monument. Ich lese euch jetzt hier nicht die einzelnen Karten vor und die ganzen Dinge. Stoppt kurz. Lest es euch durch. Das Video geht so schon viel, viel zu lang. Ja, ihr stoppt einfach. Erlebnis für neue Spielende. Neue Spieler werden begrüßt. Hallo, willkommen bei Apex. Dem frustrierendsten Battle Royale der Welt. Willkommen-Pass und Herausforderung. Willkommens-Pass gibt es 40 Stufen, wird hier sicherlich erklärt. Für neue nach dem Start von Schockwelle erstellten Konten. Also erst ab Season 22 logischerweise. Schließe Willkommens-Herausforderungen ab, um Willkommens-Pass-Fortschritte zu erzielen. Herausforderungen können in einem beliebigen Battle Royale-Modus und im Bot Royale abgeschlossen werden. Einzigartige Herausforderungssets für grundlegende Fähigkeiten. Willkommens-Herausforderungen werden nicht aktualisiert. Gibt also nur die eine Variante. Erhöhte Belohnungen für das Erreichen jeder Stufe des Willkommens-Passes. Erhalte, nicht erhöhte. Also erhalte Belohnungen. Hast du die Belohnungen bereits in deinem Inventar, bekommst du stattdessen den Herstellungsmetallwert. Starte mit drei Legenden, Wraith, Bloodhound und Lifeline. Schalte durch Fortschritte, Bloodhound, Pathfinder, Gibraltar und eine Legende deiner Wahl frei. Das sind aber Starter-Legenden. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also Bloodhound, Pathfinder, Gibi. Das sind doch Starter-Legenden, die sowieso immer aktiv waren. Egal. Wir implementieren zu Beginn der neuen Season eine neue Zurücksetzungsregel. Zurücksetzungsregel der neuen Season. Keine Ranked-Punkte-Zurücksetzung für Rookie 4 bis Rookie 1. Spielende behalten ihre Ranked-Punkte aus dem letzten Split. Zurücksetzung von Bronze 4 bis Platin 4 auf Bronze 4. Zurücksetzung von Platin 3 auf Bronze 3. Zurücksetzung von Platin und so weiter. Hier, lest es bitte selber wirklich. Ich muss jetzt hier, glaube ich, nicht jeden einzelnen Wert durch vorlesen. Wenn das jetzt einige als Podcast sich anhören, es tut mir leid, dass ich jetzt hier nicht sämtliche Zurücksetzungen für die paar Meter da vorlese. Sonderfälle. Neue Spieler. Einstieg absolviert und über Stufe 20, in Klammern, starte als Rookie 4 mit einem Ranked-Punkt. Also ab Stufe 20 darfst du Ranked spielen. Das haben sie ja irgendwann mal wieder zurückgebufft von mir aus. Wiederkehrende Spieler, die in den letzten Seasons nicht gespielt haben. Rookie ausgenommen, die nicht zurückgesetzt werden. Starte mit Ranked-Punkte-Schwellenwert für Bronze 4. Okay, du startest auf Bronze 4, wenn du jetzt eine Season von mir aus ausgelassen hast. Ranglistenkampf. Da haben wir es wieder. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ranglistenkampf kehrt vom 13. bis 17. September zurück. Vergesst das nicht. Also es wird auch wie jetzt aktuell, wenn ihr die Patch-Notes seht, bevor Season 22 angefangen hat. Drei Tage vor Season Ende wurde nämlich Ranked deaktiviert und wir haben Ranked Rumble aktiv. Das wird in jedem Split jetzt auch so sein. Wir haben vor Ende des ersten Splits, drei Tage vor Ende, wieder dieses Ranked Rumble. Das heißt, drei Tage vorher wird das allgemeine Ranked deaktiviert. Was das soll, ich kann es euch nicht erklären. Ich hoffe, ich finde es jetzt hier raus, aber ich habe schon gehört, das soll wohl nicht so geil sein. Ich nehme wirklich nicht alles mit, was Apex zu bieten hat. Ranglistenkampf kehrt vom 13. bis 17. September 2023, ist klar, mit einem neuen Best-of-Ten-Format und kostenlosen Belohnung zurück. Also 2024, ist klar. Spieler können an Matches ohne 10-Match-Einschränkung teilnehmen. Es gibt keine Wiedereinstiegsmechanik. Spiele so viel du willst. Nur deine besten 10-Matches-Ergebnisse fließen in deine Endwertung ein. Erzielst du ein besseres Match-Score, wird dein aktueller niedrigster Score ersetzt. Das verstehe ich soweit. Wozu Ranked Rumble aber ist, weiß ich bis heute nicht. Wer klug scheißen will, haut es in die Kommentare. Ich lese es mir auf jeden Fall durch. Weltsystem. Endring-Erzeugungssystem wurde verbessert. Okay, Bugfixes. Seien wir ehrlich, ich lese es nicht vor. Das Deal ist meistens viel zu lang. Alles Bugfixes möchte ich nicht vorlesen. Es ist zu viel. Aber Quality of Life Changes, da können wir mal kurz durchseppen. Der Aufenthalt an der Position deines Teammitglieds fügt ja keinen Knockdown mehr zu. Der Aufenthalt an der Position? Hä? Was ist denn das? Soll das ein Bug sein? Mixtape Gameplay. Zusätzliche Startgranaten für Kontrolle und abgeriegelt. Iva 8 wieder ein Nahkampf-Loatout, schnellere Gesundheitsregeneration für alle Mixtape-Modi. Abgeriegelt, Punkte-Limit von 500 auf 400 reduziert. Match-Neu-Verbindungstimer von 5 auf 2 Minuten verkürzt. Team-Deathmatch-Punkte-Limit von 50 auf 40 reduziert. Da werden die Spiele ja immer langsamer, oder? Spawn-Positionen und Winkel von Mixtape-Schädelstadt wurde angepasst. Nessis können auf dem Schießstand nur und nur dort wieder nach Herzenslust abprallen. Oh, das ist ja spannend. Apropos auf dem Schießstand, ist ein neues Nessi mit einer Schwäche für das Kino aufgetaucht. Ah ja. Ja, Grafik. Der Leistungsmodus auf Xbox und Playstation 5, also Next-Gen-Konsolen, wurde optimiert und liefert jetzt konstantere Framerates mit weniger Auflösungseinbrüchen. Also mal ganz ehrlich, die Grafik sieht echt kacke aus im 120-FPS-Modus. Xbox Series X und PS5 erhalten eine Verbesserung von 10 FPS oder mehr in GPU-intensiven Szenarien. Ah ja. DX12, also nur PC-Spieler. Verschiedene Grafikprobleme wurden behoben. CPU- und GPU-Leistungen wurden nachhaltig optimiert. Mit diesen Änderungen erwarten wir, dass die DirectX 12 Beta für die meisten Spielenden besser funktioniert als DirectX 11. PC-adaptives Super-Sampling wurde als Videoeinstellung entfernt. Diese Option wurde nur von wenigen Spielern genutzt und bot, 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 geil. Nur auf Computern mit starken GPU, ne, CPU und einem Monitor mit niedriger Auflösung einen Vorteil. Leistungseinbußen durch Betrachten von Todeskisten und durch Champion-Abzeichen verursachte Leistungsspitzen wurden vermindert. Ladies and Gentlemen, es tut mir leid, dass ich das so lange gezogen hatte. Und wer sich darüber getriggert fühlt, dass ich hier dieses Gendern absolut verneine, ist mir scheißegal. Danke dafür. Mir geht das ja auf den Sack. Das hat ja einfach nichts verloren. Wir zocken hier. Mich interessiert das nicht. Ich habe fertig, würde ich sagen. Ich wünsche euch richtig, richtig viel Bock. Alter, 40 Minuten Patchnotz. Das tut mir leid. Das war so ein langes Video, habe ich noch nie rausgeballert. Ich hoffe, wir sehen uns morgen, wenn ich in die neue Season rein streame. Das hier sieht sowieso keiner mehr. Ich mag euch alle. Ich liebe euch alle. Ich quatsche jetzt nur noch dünnes Zeug, weil das wirklich keiner hört. Sollte das trotzdem jemand hören, macht Hashtag bis zum Schluss in die Kommentare. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.